Hallo und herzlich willkommen Leute zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ja, eventuell erinnert ihr euch noch an diesen Community-Post. Ich habe ja mal vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass ich sämtliche Trading-Portale oder auch Networking-Portale oder die Kombination aus beiden teste, um euch letztendlich ein vernünftiges, ehrliches Review dafür zu geben. Also auch an diesem Video. Ich werde nicht dafür bezahlt. Heute geht es um Infinity, eine unter anderem Education-Plattform, Networking-Plattform für unter anderem auch Coin-Tipps und so weiter, die natürlich sehr stark damit werben, dass man damit wirklich sehr, sehr viel Geld verdienen kann und die finanzielle Unabhängigkeit erreichen kann. Ich habe mir dementsprechend selber für 670 Dollar ein 6-Monats-Paket gekauft. Also auch ich habe hier als YouTuber nicht irgendwie wasch, wach, 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 was in den Arsch gesteckt bekommen. Sondern ja, das ist ein hundertprozentig ehrliches Review. Ich bin jetzt seit etwas über drei Monaten dabei, möchte euch einfach mal einen Einblick verschaffen, was das Ganze bisher für mich gebracht hat, was es beinhaltet hat. Und ich würde sagen, wir legen direkt los. Ja, zunächst einmal zu Infinity selbst. Es ist eigentlich eine sehr vielseitige Plattform. Man hat vielerlei Möglichkeiten, sei das die Education fürs Trading, fürs Forex Trading, Crypto Academy. Es gibt einen Coin Analyzer, also Coin Tips, wo, ja, Kryptowährungen letztendlich erklärt werden, ob man dort seine Entscheidung fürs Investment treffen kann. Des Weiteren hat man dort die Möglichkeit, was auch der Hauptgrund war, warum ich eingestiegen bin, Pre-Sales mitzunehmen, also über Infinity, über diese Plattform, gibt es einfach die Möglichkeiten für Mitglieder, dass sie, ja, früher dabei sein können in Pre-Sales, quasi so einen, ja, Whitelist-Spot kriegen, also zu günstigeren Preisen einkaufen können, als es normal ist. Zumindest wird das so angeworben. Es gibt noch ein paar Sachen drüber hinaus, auch in Richtung Gesundheitsacademy und so weiter. Da will ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen, weil erstens, ich habe es mir selber nicht angeguckt, weil es mich selber nicht interessiert und zweitens soll es ja hier schließlich auch um Krypto und Trading in dem Fall gehen. Und ja, dementsprechend möchte ich einfach mal für meine Erfahrung jetzt noch etwas über drei Monaten ein bisschen Pro und Contra gegenüberstellen, denn, also ich muss natürlich fairerweise dazu sagen, ich habe nicht 100% alles durchgearbeitet, aber schon relativ viel. Und ja, da sind mir eigentlich sehr, sehr viele negative Dinge aufgefallen, wie beispielsweise, ja, was die Kurzerklärungen zum Beispiel zum Thema Kryptomarkt, Blockchain, Forexmarkt etc. betrifft. Also, es gibt immer so kurze Anleitungsvideos, ja, was ist eine Blockchain, wie funktioniert die, was ist jetzt Ethereum, was ist Bitcoin, was ist Layer 1, was ist Layer 2, blablabla, was ich erstmal natürlich sehr, sehr cool finde, dass man das so kurz zusammenfasst. Und ich muss natürlich hier ganz klar sagen, inhaltlich ist das alles sehr, sehr gut. Also, ich meine, ich habe es nicht mehr gebraucht, weil es ist in dem Fall Basiswissen, aber für jemanden, der natürlich neu einsteigt und das Ganze lernen möchte, hat man natürlich eine Plattform an der Hand. Aber, was ich absolut nicht verstanden habe, das sieht halt einfach so aus, als wäre aus dem Englischen einfach per Google Translator da alles rauskopiert worden. Also, das ist grammatikalisch eine Katastrophe. In jedem zweiten Video oder in jedem zweiten Satz, was ja gesagt, sind einfach Rechtschreibfehler drin, wo ich einfach nur denke, das dauert eine Stunde, um über das gesamte Layout, um über 100 Videos da einen drüber zu jagen, der ein bisschen Deutsch sprechen kann. Und diese Fehler sind behoben und das ist eine Education-Plattform, für die man verdammt viel Geld bezahlt. Das kann einfach nicht sein. Dann kann man natürlich sagen, ja, hier an solchen Dingen braucht man sie nicht aufhängen und so weiter. Grundsätzlich ja, denn nochmals gesagt, inhaltlich ist es natürlich alles korrekt und ordentlich. Aber das sind halt nicht einfach nur Kleinigkeiten, das geht noch extrem weiter in die Richtung. Und da kommen wir nämlich jetzt noch zu, nämlich wenn es um das Thema Networking geht. Also erstmal zum Thema Network Marketing, da kann man bei Infinity wirklich ein Schweinegeld mitverdienen und dementsprechend, ja, auch wie sie damit werben, tatsächlich definitiv frei arbeiten, finanzielle Unabhängigkeit erreichen, das ist alles nichts Gelogenes in dem Fall. Also das, da kann man wirklich, wirklich Geld mitverdienen, muss man fairerweise sagen. Aber, ganz entscheidende Geschichte, erstmal zum Thema Network Marketing. Und ja, Network Marketing hat einen sehr, sehr negativen Ruf, einfach aufgrund, ja, Idioten, die es falsch aussetzen, nennen wir das Kind einfach beim Namen. Dann kriegst du bei Instagram so eine Copy-and-Paste-Nachricht, da habe ich auch letztens wieder eine bekommen. Hey, Andrea, möchtest du nicht online Geld verdienen? Du halt einfach weißt, der Depp, der mir gerade diese Nachrichtgeschichte hat, hat sich noch nicht mal die Möglichkeit gemacht, bei seiner Copy-and-Paste-Nachricht den Namen individuell zu ändern. So, und deswegen hat das einfach so einen schlechten Ruf, Network Marketing. Aber grundsätzlich, Network Marketing ist eines der geilsten Geschichten, die es auf dieser Welt gibt. Du verdienst Geld damit, indem du anderen hilfst, Geld zu verdienen. Und dementsprechend habe ich mich dem Thema auch ein bisschen sehr geöffnet. Ich habe es ja vorher verteufelt, habt ihr in meinem letzten Video dazu ja vielleicht schon gesehen. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich möchte, wenn man das vernünftig macht, dann ist das nicht so negativ, wie es eigentlich immer dargestellt ist. Ja, das liegt halt einfach an den Leuten und wie es in dem Fall umgesetzt wird. Aber ich habe mir halt die ganzen Academy-Videos reingezogen und da muss ich halt einfach sagen, die sprechen über extrem viel Geld verdienen und finanzielle Freiheit und so weiter. Aber keiner von denen kann sich überhaupt ein 5-Euro-Mikrofon leisten. Also, das war von der Audioqualität her wirklich so schlimm, dass es weh tat, dass ich abbrechen musste. Und das ist nicht übertrieben dargestellt. Also wirklich, teilweise sind da Zoom-Calls in der Academy mit 100 Leuten über einen Laptop aufgenommen und keiner von denen hatte das Mikrofon gemutet, sprich, Dauerstörgeräusche. Also, es tat wirklich in den Ohren weh, dass ich diese Videos abbrechen musste. Das war wirklich nicht witzig. Wie gesagt, auch hier nochmal ganz klar gesagt, bevor ich hier zu negativ aushole, auch inhaltlich ist das sehr gut meiner Meinung nach. Also, ich habe da eine Menge auf jeden Fall von gelernt mitnehmen können, aber es war halt dann irgendwann einfach so weit, es tat in den Ohren weh. Und dann war da ein Video, wie gesagt, das hat mir dann den Rest gegeben, dass ich abbrechen musste. Ich konnte nicht mehr, weil es so weh tat in den Ohren aufgrund der ganzen Störgeräusche und dass keiner davon ein Mikrofon sich leisten kann, sondern das integrierte Laptop-Mikrofon, wo sowieso schon mal Laptop-Rauschen mit dabei war und ja, dann mit der Laptop-Webcam. All Katastrophe, was das angeht in dem Fall. Und das finde ich für eine Education-Plattform nicht in Ordnung. Also, das kenne ich auch so nicht. Ich habe schon mehrere Plattformen in dem Sinne ausgetestet und das ist noch nie so schlimm gewesen. Also, zumindest was dann der Audioqualität und sowas angeht, das kann man vernünftig machen. Und da muss man auch keine Millionen für in die Hand nehmen, dass das vernünftig läuft. Also, deswegen, das fand ich, ja, nicht nur unverschämt, ich fand das eine Frechheit. In dem Fall. Aber gut, wie gesagt, inhaltlich alles in Ordnung. Ja, kommen wir in dem Fall zum nächsten Reiter, nämlich Thema Pre-Sales. Was eigentlich ja, wie gesagt, einer der Hauptgründe war, warum ich daran teilgenommen habe, weil ich habe mir natürlich auch andere YouTube-Videos oder so dazu reingezogen für Leute, die Videos gemacht haben, die dann halt auch gesagt haben, ja gut, man braucht nur einen einzigen Pre-Sale vernünftig mitnehmen und man hat sein gesamtes 2-Jahres-Paket und so weiter schon wieder raus. Und ja, ich bin jetzt seit dreieinhalb Monaten dabei und es war nicht ein einziger Pre-Sale bisher. Also, das war ein bisschen schade. Dementsprechend, einer sollte stattfinden, der wurde aber bis aufs Unbestimmte verschoben, wo bis heute kein Update für kam, ja, dass da jetzt irgendwie irgendwann mal was passiert. Also, von daher, das ist auch noch nicht geschehen. Aber ich habe ja dieses Paket auch noch aktuell, zumindest wo dieses Video aufgenommen wird, noch 87 Tage. Wer weiß, ob da noch was passiert und ich dementsprechend davon profitieren kann und mein Paket auf jeden Fall wieder rausbekomme. Aber auch rückwirkend für das, was ich mitbekommen habe. Ich kann auch da natürlich jetzt nicht irgendwie für Jahre rückwirkend sprechen. Es gibt mit Sicherheit Leute, die gut aktiv was mitgenommen haben. Aber ein Pre-Sale, der zum Beispiel auch stattgefunden hat, war Indu 4.0. Vielleicht erinnert ihr euch noch an das Projekt. Auch darüber habe ich schon ein Video gemacht. Und auch ich habe das vor dem Pre-Sale vorgestellt und für meine gesamte Community Whitelist-Spots, ja, klar gemacht, dass jeder im Private-Sale die Möglichkeit hat, einzusteigen und einen besseren Preis bekommt als zum Launch. Und das kostenlos für jeden aus meiner Community. Da muss ich nicht 1.000 Dollar aufwärts für so ein Paket bezahlen. Also, das hat halt einfach null, gar keinen Vorteil in diesem Sinne gebracht. Also, ich persönlich sehe da aktuell irgendwie nicht die Vorteile, was jetzt diese Pre-Sales betreffen. Aber ich muss natürlich fairerweise auch sagen, ich kann hier Nioh für dreieinhalb Monate sprechen, beziehungsweise Indu 4.0 liegt natürlich noch ein bisschen mehr zurück. Und da habe ich natürlich den direkten Vergleichswert, weil ich habe es kostenlos gemacht. Da muss ich nicht auf einer Education-Plattform, wo ich Geld für bezahle, aktiv sein, um sowas mitnehmen zu können. Also, ja. Bisher war es völliger Murks, muss ich gestehen. Also, da ist noch gar nichts bei rumgekommen. Ich werde euch gegebenenfalls natürlich auch fairerweise ein Update geben, wenn es dann der Fall ist, dass da vielleicht mal ein guter Pre-Sales bei rumgekommen ist und ich davon stark profitieren konnte. Aber ja, Thema Network-Marketing nochmal. Wie gesagt, da gibt es ein Provisionsmodell, was am Anfang ja noch relativ schwach ist. Aber wenn man sich da wirklich eine gute Struktur aufgebaut hat, dann kann man da wirklich ein Schweinegeld mitverdienen. Keine Frage. Aber ich habe es jetzt halt auch nicht ausgenutzt, weil ich empfehle hier nur etwas weiter oder auch auf Instagram oder sonst wo oder generell mit Kollegen, wenn ich es auch wirklich guten Gewissens weiterempfehlen kann, weil ich sage, okay, das bietet meiner Community, meinen Freunden, Familie, was auch immer, einen Mehrwert. Und das hat es für mich bisher gar nicht. Und demnach gibt es hier auch keinen Referral-Link oder so, der hier geteilt wird, weder in der Videobeschreibung noch im angepinnten Kommentar noch sonst irgendwo. Ja, dementsprechend war es das jetzt eigentlich auch schon mit dem Review. Also nochmal kurz zusammengefasst. Pro, was das Inhaltliche von der Education angeht, für Anfänger definitiv sehr gut. Also da kann man vieles lernen, wenn man halt noch wirklich gar keine Ahnung hat. Wenn man jetzt in beiden Bereichen, sei das Trading, sei das Networking, schon fortgeschritten ist oder so, ja, ist das nicht unbedingt notwendig. Also wie gesagt, Thema Trading habe ich jetzt nichts Neues mitnehmen können. Thema Networking habe ich definitiv noch was dazugelernt, muss man auch fairerweise auf jeden Fall sagen. Aber auch das war jetzt nichts Bahnbrechendes, wo ich sagen muss, okay, diese Infos, die kriege ich nur auf dieser Plattform. Das ist so ein geheimes, krasses Wissen. Das kriegst du nirgendwo anders her. So war es halt auch nicht. Nicht, ja, Thema Cointipps, ist da noch gar nichts bei rumgekommen. Ja, auch wenn das vielleicht nicht die höchste Priorität hat, aber ich habe halt einfach, ja, vielleicht ist es auch eine Marke von mir, aber ich habe da halt einfach irgendwie einen inneren Morgenspräch, wenn da irgendwie alles falsch geschrieben ist und die Audioqualität nicht passt. Ich komme natürlich auch aus dem Bereich. Dann kann ich mir das nicht geben. Also so leid es mir tut, aber vielleicht ist es eine Form von Legasthenie, aber wenn Sachen falsch geschrieben sind, ich kann mir den Satz auch nicht zusammenreimen. Ich kriege es nicht hin. Ich kann den gesamten Satz nicht lesen. Ich kann mir dann auch nicht denken, okay, er könnte das oder das könnte so sein oder wenn du den Buchstaben für den ersetzt, dann ist und das und das gemeint. Das kriege ich nicht hin. Ja, dementsprechend, das war absolute Katastrophe oder ist absolute Katastrophe. Networking habe ich natürlich bewusst nicht betrieben in dem Sinne. Kann man gutes Geld mitmachen, aber man sollte es halt auch nur dann betreiben, wenn man wirklich davon überzeugt ist. Und wenn man es nicht ist, dann sollte man es sein lassen. Und ansonsten entsteht nämlich genau dieser negative Prozess oder dieser negative Ruf durchs Network Marketing, weil die Leute einfach nur auf ihre Provision raus sind und dann Produkte verkaufen, hinter denen die eigentlich wirklich überhaupt gar nicht stehen. Und dann kommt da halt so eine Scheiße raus, wie solche privaten Nachrichten, dass ich dann da mit falschen Namen angeschrieben werde und so ein Gedöns. Ja, das auf jeden Fall dazu. Finales Fazit will ich noch nicht äußern, weil ich bin natürlich jetzt noch 87 Tage dabei und vielleicht kann da ja noch etwas Besseres bei rumkommen, dass mir das Paket wieder zurückfinanziert und so weiter. Dann ist es natürlich eine coole Sache, aber aktuell hat mir das Null-Mehrwert geboten und ich habe zumindest Stand jetzt erstmal 670 Dollar in den Sand gesetzt. Ja, mal schauen, wie sich das jetzt noch weiterentwickelt. Das aber auf jeden Fall erstmal zu Infinity. Kein Affiliate-Link, kein Ruffle-Link. Ich bin aber trotzdem mal auf eure Meinung gespannt. Wie gesagt, ich bin da immer fair gegenüber. Ich gebe dem Ganzen eine Chance. Ich werde das natürlich dann auch weiter nutzen und sofern dann noch mehr dabei rumkommt, natürlich auch nochmal ein positives Review als solches machen. Ja, seid ihr selber auch bei Infinity? Habt ihr dort mal Erfahrungen gemacht? Natürlich sowohl positiv als auch negativ. Schreibt mir auch das sehr gerne in die Kommentare. Ich lese mir das sehr, sehr gerne durch. Vielleicht kann ich ja in dem Fall auch noch was lernen und mitnehmen, was ich hier irgendwie übersehen habe oder sowas. Oder generell, was natürlich auch andere Plattformen und Handelsstrategien betrifft, die ich vielleicht für euch mal testen soll. Schreibt mir auch das sehr gerne in die Kommentare. Dann kann ich das natürlich auch mal ein paar Monate ausprobieren und mache euch dann wieder ein Review darüber. Ansonsten würde ich natürlich wie immer sagen, lasst ihr gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. ! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020